Weidenfeller bleibt die Nummer 1. Dieser Meinung ist sein derzeitiger Kontrahent im Tor von Borussia Dortmund, Mitchell Langerak. Für den Australier ist die Sache klar. Weidenfeller sei die Nummer 1 und er die Nummer 2. Wenn er einmal 50 Spiele in Folge machen würde, könne man sagen, er sei die Nummer 1, sagte Langerak bei Sport1. Trainer Jürgen Klopp hatte in den letzten zwei Pflichtspielen Roman Weidenfeller auf die Bank verbannt und somit eine Torwartdiskussion ausgelöst.